Hey zusammen, was geht ab? Sport gegen Corona. Also ich komme jetzt gerade vom Sport. Wir haben hier eine halbe Stunde richtig durchgezogen und dann haben wir noch einen kleinen Wettbewerb gemacht. Schnell laufen, Waldspringen und 400 Meter. Und das ist mega cool. Gegen Corona, vielleicht nicht gegen den Virus, wahrscheinlich auch gegen den Virus. Aber wobei Sport ganz besonders hilft und sich richtig auspowern, ist gegen diese ganzen Gedanken im Kopf. Corona im Kopf, Corona in den Medien, überall ist alles voller Corona. Und wenn du dich eine halbe Stunde richtig auspowerst mit heftigen Übungen und dann noch einen kleinen Wettbewerb machst, dann hast du nur noch Wasser oder ein kühles, alkoholfreies Bier im Kopf und sonst nichts mehr. Und das ist auch die Botschaft für heute. Lass uns Sport machen. Am besten in der Truppe. Aktuell mache ich so dreimal die Woche Sport. Das geht natürlich auch nur, weil ich so einen coolen Sparringspartner habe oder manchmal auch ein ganzes Team und wir uns gegenseitig pushen und gegenseitig motivieren. Und ich hoffe, dass du auch Sport machst, dass du vielleicht auch ein cooles Team hast. Wenn du ein cooles Team hast oder wenn du Sport machst, schreibst gerne in die Kommentare, wie oft und was machst du. Vielleicht lass ich oder andere lassen sich noch inspirieren von dir. Lass uns gemeinsam aktiv werden und lass uns eine Community bilden, gemeinsam Sport machen und uns motivieren. Und wenn du noch nicht geschaut hast, schau dir das Interview mit Daniela Meiersig an. Es geht um Gesundheit, um Ernährung, um so viele Dinge, die wichtig sind in der aktuellen Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib motiviert. Stay tuned.